Hallo Leute, Willkommen bei Let's Play Puppke! Mit Herzlich Willi Miller, Mahlzeit! Hoi Leute! Und natürlich mit dem Morph, Tachchen! Tachchen! Oh, ein Vici ist gesetzt, das Morph war da schnell! Oh, da hat er recht! Wenn er recht hat, hat er recht! Ja, finde ich auch, wenn man da recht drauf ist. Oh, aufschreiben, aufschreiben! Jetzt schon, ok! Nein, nein, aufschreiben meinte er, dass er recht hat. Hast du hoch? Meinst du, kommt selten genug vor, oder was? Nee, nee! Schleif auf! Schleif auf! Hast du noch ein paar Meter zu laufen? Das würde ich nicht machen! So! Kleiner Tipp! Ne, den lass ich nicht mehr! 3, 2, 1, raus! Du musst doch nicht alles verhaken, Mensch! 3! Ich sehe auch, vom Radar drücken auch jetzt alle W! Ja! Das ist nicht selbstverständlich! Das tut mir jetzt auch alle weh! Ja! Ich habe eben mal auch so sehr ein wenig egetrunken! Aber nur ein wenig! Wieso gehe ich denn gar nicht vorwärts? Wieso fahre ich nur nach unten? Oh! 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 Besuch! Wo seid ihr? Wo seid ihr Männer? Ah ihr Männer! Habt ihr wieder verdammte Scheiße! Ich muss auf ein Auto springen! Ich auch! Auto! Und runter! Oh ne ist klar! So! Weiter geht's! Ah die Tür auf! Da ist sie! Hey wir kommen zu dir! Das ist toll! Hier ist nix! Wir haben eine Pistole! Unglücklicher! Hier in die vordere Reihe! Mach das! Gib mir eine Waffe! Gib mir eine Waffe! Gib mir eine Waffe! Gib mir eine Waffe! Wir haben ja auch! Ne Granate! Bei mir ist keine Waffe! Die werden bekloppt! Ich hab nur ne Pistole! 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 Manchmal! Ist auch ne Schrot! Wenn ich dir den Acht drehte! Das kann doch nicht sein, dass der immer was findet! Ne Umpe! Ne Umpe! Schön für dich! Ich nehm erstmal die Schrot die hier liegt! Und lad die durch! Damit ich mich ein bisschen wehren kann! Gibt das kein Rucksack! Weil die Waffe nehme ich mal mit! Falls die einer klaut! Die Umpe nimmst du mit! Falls die einer klaut! Ja ja! Falls die einer ins Haus kommt! Dann ist sie weg! Achso! Ja ja! Ich komm ja schon! Ach Rucksack! Nimm den Scheitz auf! Du Hirni! Endlich! Du Hirni! Die Sonne M16! Ich komme! Schrei doch nicht so! Welches Haus? Links, rechts? Links! Von mir aus! Uiuiuiui! Von dir aus! Auch links! Bin da! Oh Ben! Oh Ben! Komme! 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 Du machst ja auch wieder die Umpe raus! Ah! Sehr gut! Cool! Jetzt brauchst du ja die Umpe auch nicht mehr! Doch! Aber der Uzi! Eins von beiden! Nehm ich gerne! Ja! Komm wieder hoch! Habt ihr noch die Munition geholt? Wund'n Song geklaut? Sehr gut! Wund'n Song geklaut? Wund'n Service bei Milla! Gitteschön! Ach jetzt krieg ich doch die Umpe! Ja! Gitt'n Sinn! Sehr schön! Das ist ja wahr! Das ist aber lieb! Dann beschütze dein Weibchen jetzt auch! Mein Weibchen sieht gar nicht aus wie Pupp die Schumfliege! Hör mal! Hör mal! Achtung! Tür auf! Popo weg! Weibchen! Wir hüpfen raus! Und gehen rüber in ein andere Haus! Da weiß ich mich noch nicht! Ach! Ist hier einer! Hallo! Jetzt gekommen! Nein! Keiner da! Gut! Dann! Bleib draußen! Ihr Arschkeigen! Wir wollen hier looten! Gehst du nach oben? Ja! Bratpfanne habe ich! Sehr schön! Das war meine Beute! Bratpfanne! Lass mich raten! Müller! Achtfach Visier! 100 Schuss Munition! Ja! Ich habe nur mal 5-6 Ammonie gefunden! Und hier liegt auch noch mal eine M16! Ne! Das habe ich! Ne! 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 Das war's! Andere Seite! Weg rüber! Genau! Panzei! Panzei! Einer da? Nein! Nein! Niemand da! Ja dann nimm die! Gucken! Na ich gehe wieder nach oben! Oh! Boah! Noch eine Scar! Mit Muni! Lass sie 60 Schuss kriegen! Glaub ich komme gerade doch nicht! Komm hoch! Möcht ich noch rüber kommen! Na AK liegt hier noch rum! Haha! Ach Britta ist nix! Attacke! Wo bist du jetzt eine Sekunde gewartet dass wir wenigstens Feuerdeckung geben können! Wo kommt der her? Wo kommt der denn her? Ich sehe ihn gar nicht! Ah von da! Ist gleich da! Ist gleich da! Warte die Tür doch auf! Bin da! Bin da! Warte! 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 Ich schmeiße den Kompensator MP raus! Danke! Wo liegt denn hier? Da liegt ne Skar! Und dann haben wir auch nicht ne AK! AK! Hier liegt die AK! Da! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Weil bei der Skar ist ja keine Munition dabei gewesen! Ja! Haben wir eingesaugt! Ja du! Irgendwann zum Ballern haben! Ich habe 120 Schuss insgesamt! Das ist denn viel? Ich habe 150! Was denn? 150? Was ist das denn? Achso! Okay! Jetzt nicht auf mich ziehen! Mag ich nicht! Er sitzt vor mir und zieht mir ein Gesicht! Ich muss doch gar nicht erst mal aufrüsten! Äh! Umpe! Hast du Munition für die Umpe? Wir sind im Kreis! Hast du Munition für die Umpe? Du meinst du mich? Ich habe keine Umpe! Wo ist denn die Umpe? Hier lacht doch noch eine Umpe! Nö! Nö! Ich weiß sicher! Ich bin der Umpe! Komm mit! Komm mit! Ich bin direkt hochgekommen! Hier liegt keine Umpe! Da liest du doch! Hast du Munition für die Umpe? Nein! Gar keine! Nein! Gar keine! Was tut du denn für einer! Verdammt nochmal! Ich habe 45 Schuss! 45 Schuss! Ja gut! Dann gebe ich 90! Zack! Ich habe ja keine Umpe! Du hast 5 Schuss für die Umpe und hast keine! Jaja! Dann ist es einfach weggerannt! Warte! Ich morf! Ich schmeiß es dir raus! Ich bin weggerannt! So! Wir müssen mal gucken! Dann müssen wir zum Krankenhaus! An für sich! Männer! Kann kein Haus! Ja! Dann geht jetzt los! Geht das! Alle bereit! Alle durchgeladen! Autofeuer an! Von der Umpe! Ja! Ich habe gar keine Umpe! Wann hast du denn als Zweitwaffe? Gar nichts! Gar nichts! Oh! Hüpf! Deckung! Durch den Zaun! Gucken! Nix! Einer Weste! Baut auch einer! Nein! Nein! Nein habe ich! Munition! Oh! Hier liegt auch noch Munition für deine! Nehme ich mit! 15 Schuss! Und Morph! Wieso laufe ich denn immer dahin wo nix ist? Ein graues Schnellwechselmeratz hier Morph! Besser wie gar nichts! Ja! Ja! Besser wie nix! Rotpunkt Visier! Habe ich! Der war nix mehr! Ups! Okay! Dann rüber! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Wo ist denn der Ausgang? Verdammt! In der Mitte! In der Mitte! Ja! Bin zu blöd um über die Mauer zu springen! Und an die Tasche Helm nehmen die mit! Ich habe auch eine eingepackt! Wir waren zwei! Ich habe auch eine! Ich bin das! Morph! Ja! Graue Visier! Hier graue Ding! War hier ein Winkel-Dingsbums und ein Mündungs-Dingsbums! Ist die Tür offen gewesen auf deiner Seite? Ne ne ne! Hier die Tür war offen! Ne war nicht! Alles klar! Okay! Dann aufwärts! Die links! Die rechts! Oh! Zweifach Scope! Wunderbar! Ist in der Garage ein Auto? Wie ein Hörer? Nein! Kein Auto! Verdammt! Oh! Sehr schön! Wir wollen eine 2er Weste! Bei mir oben! Ne ich nicht! Ich ich komme ich komme ich komme! Ich ich! Ich ich! Ich ich ich! Ich 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 ich! Äh! In der Küche! Ne! Geradeaus ruhig! Jetzt hat der... Jetzt wird sie mich aber verarschen hier! Ey! Ah! Leck mich am Ur! Ach! Was hast du denn da? Wollten wir drausschmeißen! Und habe aus Versehen... zugemacht! Und dann habe ich vom Boden geschossen! Rotpunkt Visier! Ne! Du ist... Du brauchst ein Rotpunkt Visier! Nein! Ja! Ob einer von euch auch! Ne! Wollte grad sagen! Ihr habt doch eben gesagt! Wir sind Rotpunkt Visier haben! Äh! Machen wir jetzt hier alle Räume? Ja! 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 Ich bin so erschrocken, dass ich da auf den Boden geballert habe! Fast verstorben! Und jetzt? Wohin? Ne? Noch ein weiter Richtung Süden? Die Moorleichen fliegen! Was? 5 Verband! Ah! Vierfachsucher! Hier rein ins Haus! Bin schon drin! Ist noch nicht gelootet! Komm jetzt auch rein! Wo hast du denn den Vierfachsucher her? Draußen hast du noch in den blauen Garagen da! Da liegt doch immer was drin! Da war ich doch gerade! Ja! Hoff! Halt! Hiergeblieben! Hier! Munition für dich! Runden! 75 Schuss! So! Jetzt bräuch ich auch noch einen Vierfachsucher! Miller hat auch einen! Der hab ich schon gesehen! Auf der Knarre drauf! Alte Möter! Ich wieder hier mit Scheiße! Ich kann ja nicht wahr sein! Hier muss doch noch ein Getränk irgendwo sein! Ich hab drei! Schmeiß du da eins raus! Ja! Ich schmeiß den Koffer raus! Wie viel Koffer hast du? Ah! Koffer hab ich zwei! Zwei? Ja! Hab ich drei! Bäh! Okay! Mach ich doch nichts raus! Hoff! Mhm! Ein Koffer! Null Getränke! Das ist schön! Wir müssen! Wir müssen! Wir müssen! Jetzt! Wo ist er denn? Ganz oben! Ganz nach oben! Ganz nach oben! Weilen! Da schmeiß ich wieder einen raus! Zack, zack! Damit! Go, go! Wir müssen uns beeilen! Lass uns da hinlaufen, wo ein Auto sein kann! Ja? Über die Pläne! Okay! Ah! Oh! Da oben! An dem Turm! Weißt du? Ich glaube in Richtung Turm! Da könnte noch ein Auto stehen! Bisschen verteilen! Bisschen verteilen! Einer kann zu den Häusern! Dann ein bisschen! Ja! Wir können noch zusammenbleiben! Oh! Die Wand! Die steht da schon echt bedrohlich nah! Ja! Wir haben noch zwei Minuten! Ja! Und die Distanz schaffen wir die! Zu Fuß! So! So! Du wirst es schaffen! Wenn jetzt ein Auto hier ist, schaffen wir noch viel besser! Falls! Als nicht habe ich echt Probleme mit dem einen Scheiß! Da haben wir selten so schlecht gelootet! Hat man denn so wenig Zeit? Dann waren wir einfach so schlecht diesmal! Waren einfach so schlecht! Buggy steht hier! Buggy! Ja! Seht! Holt ihr den! Holt euch den! Holt euch den! Und hast ein Auto da irgendwo? Ne ne? Leider nein! Steigt doch ein! Na fahrt mal! Vielleicht findet ihr nur ein! Oh! Oh! Bombengebiet! Ja! Ich lauf raus! Nein! Ich lauf rein! Haut ihr ab! Ich lauf in Bombengebiet! Ansei! Bye! Boah! Boah! Ja genau! Hinter dem roten Haus! Fahrt ihr einfach die Straße lang! Hinter dem roten Haus könnte noch ein Ding sein! Ein Auto sein! Ich lauf jetzt erstmal ins rote Haus! Hier ist nix! Ich schaff das im Leben nicht in der Zeit! Ihr könnt einen von euch! Fahr doch rein im Kreis! Motorrad! Motorrad! Ja! Ich geh trotzdem erst ins Haus! Weil ich denke! Ich mach jetzt gleich bum 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 bum! Das heißt gar nix! Komm mal auf! Mal fahr du mit dem Motorrad! Ich geh auch erstmal hier ins Haus! Ja! Das ist zu nah! Boah! Volltreffer auf das Haus! Hab ich mich erschrocken! Da gehen sie ein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Bombe auf den Kopf! Kriegst Feierabend! Danach geht dreckig! Ja ja! Bin grad noch am einsammeln den Rest! Warten sie! Kriegen noch mehr Munition! Hier hier hier! Sack! Nochmal Munition! Bitteschön! Okay! Vorbei! Vorbei! Aufschützen! Also Motor mit Beiwagen! Uua! Okay! Wir müssen los! Theorie könnten wir unser Haus gehen! In der Praxis können wir da auch sein lassen! Wir könnten auch direkt! Oh! Ne! Wohin sind wir fahren? Wohin fahren wir? Einfach mal hier unter! Ja! Da hin fahren! Ne! Mich ungerne! Ich kann jetzt schlicht gucken wir in der Fahrt! Ja ich gucke mich gut! Ne nix! Guck grad ob hier ein Auto ist oder so! Ein verdammtes Auto steht hier rum! Ne! Müller! Müller! Müller ist am Looten! Nein fahre! So! Da wird gewollert! Weg 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 weg! Ab hinter das Haus! Hast du gesehen Moff wo sie sind? Ja! Ich steh in der Wand drin! Loil! Steig wieder ein! Im Auto! Bin draußen! Alles klar! Wo sind die denn jetzt? Ich seh keinen! Wo sind die? 2,85 Grad! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Habe ihn! Sofort! Umgefallen! Alle tot oder was? Alle tot! Ja also ok! Perfekt! Looten! Unser Autoproblem hat sich aufgelöst! Das weiß ich nicht! Hier kommt alles wie die Sau! Leute ich die fünf Kisten! Ja ja! Tag! Ich komme angefahren! Sehr schön! Nicht überfahren bitte! Ja ne! Hier versuche hat der eine noch! Ja da brauche ich unbedingt! Wo ist der eine? Bei dir Müller? Bei mir! Da oben der! Ach guck die scheiße an! Hier ist alles von der Kiste! Alles andere Seite von dem Ding! Hier versuche! Zack! drauf! Habe ich! Zweifelsuche raus! Lol! Was für ein Jackpot! Absolut! Ich gehe mal andere Seite von drunten! Hahaha! Boah! Waren die Taschen voll! Ich kann auch nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Wo ist er denn sein Helm? Verdammte Hacke! Bin hier! Da bist du denn! Ich wollte gerade sagen wie er liebt einer! Ja! Ich bin voll! Ich habe genug! Ich habe 360 grüne Schuss! Boah! Vierfach Visier Schalldämpfer! Naja reicht! Hier sind noch überall Drinks drin und so ein Kram! Ja ich bin am raus! Macht euch vor! Ich habe fünf Koffer und acht Drinks! Ich habe vier Koffer und fünf Drinks! Ich habe zwei Koffer und drei Drinks! Hat da irgendeiner noch einen Schnellwechsel AR drin gehabt? Hier Müller! Weil hier sind noch Drinks drin! Noch vier Drinks und drei Koffer! Oh ja! Oh ja! Was für ein Ding! Schnell Wechsler AR! Ja hier ganz unten! Ganz unten Graue! Bei uns! Weißt du, ich verbinde jetzt raus! Ja! Habe ich auch gemacht! Verbände sind draußen! Unnötiger Quatsch! Hat einer noch einen Dreier Rucksack von denen! Reingesehen! Loll! Ein Lootparadies! Und er hat sich bestimmt gefreut wie ein Schneekönig! Hurra! Massaker! Überlebt! Auch nicht! Eine Pfanne liegt hier noch! Weiße! Die 416 würde ich gerne nehmen! Ist da irgendwo so ein Schulterdinger ist da! Okay! Ich ziehe die! Klaut mir! Das zeugt mich bitte! Zack! Zack! Wir sind drinnen! Im nächsten Kreis! Wir können eigentlich hier gleich über die Straße ins Haus gehen! Hier sind noch 5 Koffer drin! Ich kann nix mehr nehmen! Ich kann auch nicht mehr nehmen! Ist gut jetzt hier! Ich kann auch nix mehr nehmen! Andere Straßenseite ins Haus? Ja! Fö! Weiß ich nicht! Wir liegen super! Wir liegen super! Das will ich schon noch aufheben! Ich hab keine Ahnung! Wir wollen Muni aufheben! Da! Hat keiner einen Zeudämpfer für die Eier? Äh! Kein gesehen! Okay! So! Wohin denn jetzt? Welches Auto ist denn ganz? Hier das! Dacia! Tja! 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 Da kommt dazu welche drin! Pass auf! Aufpassen! Aufpassen! oh ja Granaten gehen rein, jetzt, eins, zwei, ein, ausgenockt Ich geh rein, ich bin drin Granaten Habt ihr Granaten, ich hab keine Granate mehr Ja, ich hab noch zwei Komm rein Willst du mir geben oder willst du selbst schmeißen? Nee, komm zu dir Pass auf die Tür, halt die Treppe im Auge Ja, hab ich Granate ist drin Oh, die ist runtergeflogen Fuck Tür zu machen Scheiße, Mann Die kriegen wir nicht weg, da, die Typen, ne? Die haben sich jetzt irgendwo in den Raum verschanzt, hinten, ne? Also, ich geh in ein Nachbarhaus Schieß mal an der Treppe rum, mach mal Krach Schlaufe, 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 ich bin drüben Sehr schön Die können über den Balkon raus, wenn sie nicht dämlich waren, sind sie über den Balkon raus Oh nein, Granate falsch geworfen, Hilfe Leute Ja Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch da sind Doch, doch, die sind noch da Ich hab's grad noch gehört, ja, ja Okay, ich geh hoch Incoming So gesehen Die fahren vorbei Du hast du noch gesehen, okay Dann, ich versuch's jetzt von hier aus rumzuballern Glendgranate, seid ihr denn geworfen? Die bestimmt Die Dann, komm die jetzt vom Balkon runter Greppe seh ich keinen Miller Ich kann da hochgucken Okay Habt ihr schon vier, fünf eingeschenkt In seiner Dreckshütte da auf der anderen Seite Im hintersten Fenster sind sie drin Oh Miller, pass auf Pass auf, Granate mehr habe Pass auf, Granate zu dir Naja, naja Bitte weg Blindgranate war das Hier, wir müssen weiter, wir müssen weiter Guckt mal Ich schieße Ihr kommt rüber Drei Zwei Seid ihr schon aus dem Haus raus Go, go, go Alles klar Jetzt müssen wir nämlich hier über den Berg Seht ihr wohin Ja Raus, über den Berg Wir gehen raus Go Auffassen, dass das Haus immer hinter uns bleibt Wir hocken, seht ihr hier im Scheißhaus drin Wir gehen den Berg hoch Und legen uns dann oben hin Und gucken runter So, zack, Ende Genug Seitlich Wir müssen in den Kreis rein, Leute Bin drin So, ich bin schön in der Kuhle jetzt hier drin Guck zu dem Haus, die kommen vorgerückt Die kommen genau hinterm Baum hoch Ja, ich sehe es, ja Hinter der kleinen Scheune laufen sie Sind in der Scheune drinne Einer ist dahinter, ne? Ja Einer ist reingerannt Zwei sind hinter Es kommt einer vorgeraufen Ich passe auf die Scheune auf Als der nicht rausguckt Einer ist bei mir oben, wir haben nicht hochgekommen Hilfe, immer noch Ab ihn Rätzt mich einer Schnell Ja, 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 ja Haben sie gut gemacht Der kommt raus hinterm, der läuft links lang, Morph Pass auf, links lang über ein Feld Was siehst du denn? Morph Sprichst du mit uns? Ich sehe ihn nicht Au, 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 au Ich komme runter Ich komme runter Muss ich hier hin hauen Muss ich jetzt mal heilen Heil mich, ja Ja, wir haben noch eine Minute und 19. Es sind nicht mehr viele. Heilt euch. Schmerzmittel rein und scheiß Dreck. Aufpassen. Miller, du stehst da rum. Wie ein Leuchtturm. Abmarsch. Vorsichtig, vorsichtig. Sind noch vier andere. Gucken, wo die sein könnten. Miller rennt einfach los. Ne, rennt nicht los. Der Morf rennt los. Ah, okay, der Morf rennt los. Okay, wo könnten die denn sein? Lass mal überlegen. Denk mal Nordosten, Norden. Oh, ne, wird beschlossen. Von Süden. Süden? Südwesten, 255 Grad. Kommt jetzt gerade in den Mügel hoch. Der kann uns noch rumlaufen. Ach, ne Miller ist tot. Verdammt. Warte, guck mal bei dir. Na, da oben auf dem Mügel war er. Ja, der kommt jetzt hier rum. Wann kommt er auch? Bewege ich dich, verdammte Scheiße. Dicken Hintern. Wo ist denn, Morf? Helm, sie einlaufen. Äh, 60 Grad. Am Bunkereingang links. Hinter dem Berg. Du musst in den Kreis rein, Morf. Bewege ich dich. Am Bunker? Ja, da vor dem Bunker ist links so ein Bergelschiff. Da war einer. Einer ist bei den Zelten hier vorne. Siehst du die Zelte? Ja. Daneben ein Baum. Da ungefähr muss der sein. Du musst kriechen, Morf. Du hast keine Zeit mehr. Jawohl. Ich leider auch nicht. Und ich muss gleich rüberrennen. Über die verdammte Straße. Über die verdammte Straße. Wo ist er? Da. Da, Morf. Ich habe schon gedacht, du wärst da. Oh, ich habe noch dreimal auf den geschossen. Dann habe ich gedacht, jetzt musst du die Zeit nutzen. Energy Drink. Alles reinschmeißen. Läuft doch schon. Nimm du auf. So viel? Ich sehe niemanden hier. Oben auf dem Berg. Welcher Berg? Auf dem Ort zum Baum. 45 Grad. Ja. Kommt noch auf aus. Sehen nicht mehr. Einer ist Nord-Ost am Berg. Am Stein. Morf. Ach, da sind zwei. Da sind zwei. Pass auf, der kommt auf dich zu, Morf. Der ist weggerannt. Der ist Richtung Bunker gerannt. Ich blute jetzt aus. Er hat eine Granate geschnissen. Trifft nicht. Und jetzt bin ich tot. Okay. Okay. Haben wir auf. Sind nur noch drei Gegner. Links am Baum will ich lang kriechen. Bin drin, oder? Ja, ja. Bist du noch. Guck mal. Da, hinterm Baum. Hinterm Baum direkt. Bei dir. Wo mir? Ah, da. Ich sehe, ich sehe. Ich sehe. Drei Leute. Hast du keine andere Waffe? Da sind sie, die drei. Lass mal, lass mal, lass mal. Wie, lass mal. Die laufen jetzt die Strecke ab. Das sind drei Mann. Du musst feuern. Lass den. Du hast ausgenommen. Lass den. Lass die anderen. Weg. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Immer noch hinterm Baum. Und heilen. Der ausgelockt oder tot? Der einer ist tot. Okay. Pass auf. Der kommt links drüber. Der rennt links zum Baum. Der andere kommt rechts vom Baum. Ah. Schade. Ja. Dammit. War gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht. Hast du es gut vorgerückt. Aber man musste entschlossener. Nicht zwei Schüsschen. Drauf, drauf. Brumm, 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 brumm. Und dann, wenn du Schüsse kriegst, sofort wieder weg. Sofort wieder weg. Aber trotzdem. Gar nicht schlecht. Haben es noch schön nach vorne gekämpft. Über diesen. Blöden, verregneten, ekelhaften Platz. Zweiter Platz immerhin. Ja. Gar nicht schlecht. Zweiter Platz. Zwei Kills. 200 Punkte Belohnung. Zwei Kills. Zwei Kills. Zwei Kills. Mäla. 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 Scholl. Null Kills. Hey, hey. Ja. Hätte der Hund in die Schüsse. Hätte der Hase gefangen. Hätte der schönen Braten. Wunderbar. So. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Daumen nach oben, bitte. Und wie hat es euch gefallen? Haut mal in die Kommentare rein. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss. Tschüss. Drauf. Hast du bis zum nächsten Mal. Teh. Schuhe.